Tech-Milliardär Elon Musk bringt einen günstigeren Preis für seinen Übernahmeversuch bei Twitter ins Gespräch. Ein Deal zu einem niedrigeren Gebot sei nicht außer Frage, sagt Musk in einem Video-Interview bei einer Pressekonferenz am Montag. Die Twitter-Aktie beendet den Tag im US-Handel mit einem Minus von gut 8% bei 37,38 Dollar. Das ist weit entfernt von den 54,20 Dollar je Aktie, die der Tesla-Chef bisher den Anteilseignern von Twitter in Aussicht stellt. Musk hat die Aktie zum Wochenende selbst auf Talfahrt geschickt, indem er den Deal zum Twitter-Kauf für vorläufig ausgesetzt erklärt. Er wolle erst Berechnungen dazu abwarten, dass Accounts, hinter denen keine echten Nutzer stecken, tatsächlich weniger als 5% ausmachen. Unklar ist nach wie vor, ob Musk aus rechtlicher Sicht seine Vereinbarung mit dem Twitter-Verwaltungsrat überhaupt auf Eis legen kann. Twitter-Chef Parag Agrawal bestätigt am Montag, dass der Anteil von Spam-Nutzerkonten bei dem Kurznachrichtendienst deutlich unter 5% liege. Dieser Stand für die vergangenen vier Quartale könne nur mithilfe von vertraulichen Informationen gewonnen werden und sei deswegen von außen nicht zu reproduzieren, schreibt Agrawal auf Twitter. Bye-bye. So.